Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute wollte ich euch mal über mein Sportprogramm berichten. Mein Sportprogramm nach der Schwangerschaft, wie mache ich das, was mache ich vor allem. Und ich wollte euch das natürlich auch noch ganz genau vorstellen einmal. Und ja, ich wünsche euch dann mal ganz, ganz Spaß und ich würde sagen, wir legen auch direkt los. Ja, ich sitze hier gerade im Wohnzimmer, wie ihr seht. Die Kleine schläft. Und ich habe es mir hier auf einer Decke schön bequem gemacht, denn ich mache hier meinen Sport immer im Wohnzimmer, wenn die Kleine schläft. Und zwar habe ich da das Babybelly Fitnessprogramm. Das verlinke ich euch mal in der Infobox. Und ihr könnt auch hier mit diesem Code satte 10% auf das ganze Programm sparen. Das heißt, wenn ihr auch Lust habt oder jetzt das Programm nach der Schwangerschaft sucht, dann könnt ihr da auf jeden Fall mal vorbeischauen. Ich finde es wirklich klasse, weil bei mir ist es immer so das Problem, dass ich viel zu faul bin für Sport. Ich habe einfach nach ein paar Tagen gar keine Motivation mehr, weil es eigentlich immer so das Gleiche ist. Man hat immer so seinen Workout, was man sich so ungefähr vorstellt. Und dann macht man das zwei, drei Tage und dann ist es einfach langweilig. Also so ist meine Meinung jetzt dazu. Und ich bin da einfach viel zu faul zu. So, und deswegen finde ich das Babybelly Fitnessprogramm so mega, weil es jeden Tag andere Sachen sind. Und es gibt Videos, wo die Leute es sozusagen mit dir zusammen machen. Und das wollte ich euch jetzt gleich auch nochmal zeigen, weil ich wie gesagt jetzt mein Sportprogramm auch absolviere in diesem Video und euch das auch immer präsentiere. Und, genau. Gleichzeitig habt ihr aber auch einen Ernährungsplan da drin. Das heißt, ihr könnt eure Ernährung umstellen. Es sind insgesamt, glaube ich, 40 Rezepte in diesem Programm dabei, die ihr euch ja ausdrucken könnt oder halt auch nachkochen könnt. Dann ist aber auch ein Ernährungsplan dabei. Das heißt, wo wirklich immer draufsteht, was ihr wie essen könnt, damit ihr eben abnehmt. Und, genau. Also es ist einfach das Rundum-Sorglos-Paket. Auch enthalten sind Baby-Update-Videos. Das heißt, ihr könnt für jede Woche ein Video anschauen, was euer Baby gerade lernt oder gelernt hat in der Woche. Und eine Motivationsseite ist auch noch dabei. Falls ihr mal an einem Tag keine Motivation habt, könnt ihr da mal vorbeischauen. Dann habt ihr wieder richtig Motivation. Das habe ich auch schon öfters angeschaut. Genau. Und wie gesagt, sind es immer so kleine Clips. Die gehen manchmal so 15, manchmal 20 Minuten. Und dann macht man eben eine am Tag. Es gibt aber auch einen genauen Fitnessplan. Das heißt, dann ist es immer aufgeteilt auf Rückbildung oder Training. Das heißt, dass ihr das immer schön im Wechsel macht. Und es gibt natürlich auch einen Sheet-Day. Einen Tag, wo ihr wirklich nur entspannen könnt und entspannt sollt. Also es ist nicht jeden Tag, sondern immer abwechselnd. Und ihr habt natürlich auch mal frei, sozusagen. Und ich finde, diese 20 Minuten am Tag kann man auch sehr gut mal investieren. Dafür, dass man eben dann auch die perfekte Rückbildung hat. Und auch den Sport, den man eben braucht. Das Ganze ist von Hebammen entwickelt. Das heißt, ihr müsst euch auch keine Sorgen machen, dass ihr da irgendwas Faltes trainiert, solange ihr die Übung eben genau richtig anwendet. So, und jetzt habe ich hier mein Laptop stehen. Ich wollte es jetzt einmal mal zeigen auf der Website. Und dann legen wir auch direkt los mit dem Sport. Also das hier ist die Seite von Babybelly Fitness. Hier ist das Logo. Die haben auch eine Instagram-Seite. Könnt ihr auch mal vorbeischauen. Und hier sieht man jetzt eben, dass ich schon in Woche 6 von 12 bin. Also das ganze Programm geht eben 12 Wochen lang. Und hier haben wir dann das Programm. Hier haben wir die Ernährung, den Mama-Bereich und noch weitere Einzelheiten. Also hier habt ihr, wie gesagt, dann das Programm, was ihr absolvieren könnt. Hier zum Beispiel der 1 zu 1 Bereich. Da seht ihr dann wirklich für jede Woche das Programm, was ihr machen könnt. Also zum Beispiel die Rückbildung und ein leichtes Training. Ich bin jetzt halt, wie gesagt, schon in der 6. Woche angekommen. Und da haben wir auch schon das schwere Training. Und auch schon 2 Trainings und 2 Rückbildungen. Nicht mehr 3 Rückbildungen und 1 Training. Sondern es wird sicher jetzt langsam gesteigert. Dann haben wir hier, wie gesagt, die Ernährung mit den Rezepten und auch den Ernährungsplan. Und auch hier den Mami-Bereich, wie gesagt, mit den Baby-Updates und Nice-to-Know zum Beispiel. Dass man einfach so ein paar kleine Hacks dabei hat. Genau, und jetzt gehen wir einmal auf den 1 zu 1 Bereich. Gehen, wie gesagt, auf die 5. Woche. Denn ich habe das schwere Training hier. Dieses hier habe ich einfach noch nicht absolviert. Und das wollte ich heute machen. Und genau, das mache ich jetzt. Und ab morgen geht dann für mich die 6. Woche los. Und wie gesagt, ihr habt jetzt hier einfach dieses Video. Da könnt ihr das einfach anklicken dann. Und dann wird es einfach mit euch zusammen gemacht. Also hier ist der Coach. Das ist der Elias. Und der macht das dann eben mit euch zusammen. Zeigt euch alles ganz genau. Ihr könnt es eigentlich fast gar nicht falsch anwenden. Und langsam aufstehen. Jetzt bleibst du unten. Mike, mach weiter. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Und sechs. Sechs. Bleibst erst unten, Mike. Und du machst weiter. Fünf. Vier. Vier. Sehr schön. Zwei. Eins. Und wieder alle weiter. Und wieder alle weiter hoch. Weißig. Und vorne nur. Drei. Zwei. Eins. Und alle weiter. Acht. In der Ruhrung. Jetzt kommen wir zum Adduktion. Und zwar einmal hinlegen. Am besten auf dem Kissen. Dein Becken auf dem Kissen. Genauso wie es bei der Mike auf sich. Und das Mutterbein Richtung Decke hochheben. Okay? In drei. Zwei. Eins. Und los. Fünfzehn. Vierzehn. Breiten. Etwas langsamer alle beide. Zwölf. Elf. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Oben halten. Fünf. Vier. Vier. Zwei. Absetzen. Perfekt. Und wieder. Ein paar Sekunden Pause. Perfekt. Und in drei. Und in drei. Zwei. Eins. Und nochmal. Fünfzehn. Vierzehn. Breite. Zwölf. Elf. Zehn. Neun. Acht. Sieben. Sechs. Und fünf. Vier. Gleich geschafft. Drei. Zwei. Ab und halten. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Absetzen. Und jetzt zum Schluss. Arme hinsetzen. Leichten Spagat. Und nach vorne beugen. Also besser gesagt, lassen wir uns ruhig streichen Fuß. Drei. Zwei. Eins. Und los. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und jetzt die Seite wechseln. Und wieder die Seite wechseln. Jetzt der Fakt steigt an zu zählen. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und wieder die Seite wechseln. Genau. Fünf. Vier. Drei. Zwei. Eins. Und stopp. Sehr gut. Das war's heute toll. Dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder beim Trainieren. Dein Didius. Weiter so. Viel Spaß. So, meine Lieben. Das war mein Sportprogramm für heute. Ich bin ordentlich, äh, ja, angestrengt. Also ich brauche jetzt mal ein bisschen Pause. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich wünsche euch einen ganz, ganz tollen Tag. Und dann bis zum nächsten Mal. Tschüssi.